Mein Name ist Svenja, ich bin Carina, ich bin 23 Jahre alt, mein Name ist Laura und ich bin 18 Jahre alt, ich bin 22 und ich hatte Krebs, ich bin 24 und hatte Krebs, ich heiße Jacqueline, bin 21 Jahre alt und habe Krebs. Kosmetik spielt schon eine große Rolle, weil dadurch kann man, wird es nicht so sichtbar, dass man so krank ist, finde ich. Man hat das Gefühl einfach nicht, dass die Leute es so wirklich merken. Die Haare füllen einen schon und dann kommt man sich eh männlicher vor und durch die Schminke wird man halt wieder weiblich. Das sieht klasse aus und ich denke, ich werde es auch zu Hause anwenden. Das ist ein besonderes Seminar. Wir haben in diesem Seminar die hunderttausendste Teilnehmerin. Steffi, das bist du! Es war ein richtig schöner Nachmittag, also man hat viel erlebt und es waren viele Eindrücke und ja, es war einfach Balsam für die Seele.